Musik Die Zähne ist sauber. Ich hatte gerade noch Erdbeeren gegessen. Färchau ist für mich eine Basis von persönlicher Entwicklung, sowohl auch fachlich und menschlich. Färchau ist für mich ein Arbeitgeber, in dem ich mich auch noch in fünf Jahren sehe. Färchau ist für mich ein Arbeitgeber, der das Leben spannend macht. Es ist jeden Tag wie Sendung mit der Maus gucken oder dabei sein. Färchau ist für mich die beste Chance, berufliche Erfahrungen zu sammeln. Super Teamwork, gute Atmosphäre und top Zusammenhalt. Färchau ist für mich super spannend. Die Kultur bei Färchau ist einfach familiär. Familiär. Familiär in dem Sinne, dass man mit seinen Kollegen auch über Dinge abseits der Arbeit reden kann. Anders. Nicht so wie erwartet. Cool. Färchau ist für mich jeden Tag neue Menschen kennenzulernen, mit Kollegen Spaß zu haben, gemeinsam Ziele zu verfolgen und diese zu erreichen und erfolgreich zu sein. Färchau ist für mich Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit, mein Arbeitgeber. Mein schönster Moment bei Färchau war mein erster Tag, als mich alle begrüßt haben und ich einen Strauß Blumen bekommen habe. Mein lustigster Moment bei Färchau war, dass man bei mir ständig den Blumenstrauß vergessen hat zum Geburtstag. Mein schönster Moment bei Färchau war, als ich die netten Kolleginnen der Nieders von Köln kennengelernt habe. Mein Beruf, mein Job bedeutet mir Freude. Meine Arbeit bei Färchau bedeutet mir viel Kontakt mit Menschen, viel Kontakt mit Kunden, interessante Gespräche, interessante Themen und immer wieder Überraschungen. Färchau ist für mich Zukunft der Familie, für meinen Mann. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab eine Aussage meines Mannes, die lautete nach ein paar Tagen, ich bin angekommen. Ich bin da, wo ich hingehöre, wo ich sein möchte und wo ich meine Zukunft sehe und es ist genau das, was ich mir für meinen Mann wünsche, für uns als Familie. Färchau ist für mich ein tolles Unternehmen mit viel Offenheit, wo man gestalterischen Freiraum nutzen kann und die Gelegenheit dazu erhält. Färchau ist für mich eine Möglichkeit in meinem Alter trotz allem beruflich weiterzukommen. Färchau ist für mich die Freiheit des Denkens, Innovationskraft und Unabhängigkeit. Färchau ist für mich zu werden. Färchau ist für mich für mich auch zu werden. Färchau ist für mich sehr spannend mit Teninkunden und Begins. Färchau ist für mich nicht. Färchau ist für uns in der Bank Vou extinguanthage.